So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017 hier bei Lohnunternehmen Harter. Wir sind gerade mitten dabei auf dem Silo festzufahren hier und wir fahren hier gerade die Grassilage ein für den Kuhhof. Und mit dabei habe ich heute ein paar Leute wieder, die jetzt leider kein Hallöchen sagen können, weil wir jetzt mal eben einfach ganz spontan hier was machen. Wir haben hier dabei den Nils 2001, den Seppel, den Leon. Leon ist der, der holt Gras ran und Nils macht irgendwas anderes, Seppel fährt mit mir fest. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder so eine kleine Aufnahme für euch. Und ihr dürft uns natürlich wieder dabei begleiten, mich hier auf dem Silo, mich hier in Abspiele. Ähm, ja, also, ne? Wir sind heute 15 ausdrüben, da. Wow. Falk, das war jetzt ein bisschen eng. Alter, hast du das jetzt hier rüber geschoben, oder was? Ich muss jetzt ja verteilen, dafür sind ja direkt da. Also, Falk, das war die Frage, die war wieder... Falk, war jetzt schon knapp, dass ich stecken gebe. Ähm, Jason, ich weiß ja nicht, aber wir müssen nicht in Gewicht vielleicht hinpacken. Ne, 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 ich habe nur die Hälfte drin. Okay. Ich komme hier nicht hier weg. Warte mal, ich habe hier bei jedem Problem. Das Silo, also ich muss ja sagen, irgendwie fehlen die Wände hier, kann das sein? Das ist ja, nein, das fällt nicht. Das ist ja ganz schön scharfkantig hier. Wenn du da runter plumpst, dann liegst du aber da auf der Seite. Und sowas. Also Falk, pass auf. Ja, jetzt haben wir ganz das Neues hier wieder, auf dem Silo zu hocken, ne? Oh, kann ich drauf? Ich bin da drüben. Alter, jetzt hänge ich hier fest, ey. Ich muss kurz hier noch die Kante machen, Jason, dass du runterkommst, weil so kommst du nicht runter. Schön im ersten Gang, ne? Ja, Junge, ey. Junge, ey. Ja, geht aber ab jetzt auf einmal, jetzt geht es auf einmal, also. Die Paletten sind ja schon kaputt. Ja, welches Kinder, es gibt da kein Gas und dann macht er eine volle Pulle hier, doch. Aber Seppe, eine Frage, machen wir denn irgendwann mal Gras und machen wir denn irgendwann mal mit Mais oder Gras den Silo ganz hoch als Fahr? Junge, komm mal hoch, Alter, es geht noch viel höher. Alter. Ja, komm mal hochgefahren. Ich will das einmal komplett voll machen, Alter, das wäre geil. So, jetzt könnt ihr sehen, wie Jason den Berg hochrollert. Seppe? Ja. Lass das doch mal machen, dass wir das ganz voll machen. In dem Fall nicht zu Seppen. Gib Gas! Siehst du mich hier in der Luft? Du sollst ja nicht zu Fuß da hoch gehen. Siehst du mich hier in der Luft, Timo? Ja, das Silo geht so hoch, wie ich hier in der Luft bin, so hoch geht das Silo. Alles ob. Okay, Falk. Ja, was ist denn? Wir machen jetzt was anderes, ne? Was denn? Jason fährt kurz mal in den Raum, dann machen wir das nur kurz. In dem Fall müssen wir ein Keilsilo draußen machen, ne? Ja, bisher ist das eigentlich. Das ist ja kein Problem. Ich mach das schnell, ne? Dann müssen die normalerweise von dieser Seite ranfahren. Ja, ja, jetzt aber Jason soll noch kurz drüber fahren. Also dann kann ich das theoretisch, dann kann ich, dann schieben wir das alles nach hinten. Dann schieben wir das nach hinten, ja, das können wir mal. Aber wir müssen das so schieben, dass die Leute noch rückwärts hochfahren können, ne? Oha, das schieb ich lieber nicht. Das ist wirklich schwer, Junge. Also Falk, stell dich nicht an. Seppe, darf ich davor nochmal drüber? Die Frage ist jetzt, in welche Richtung wir am besten schieben? Sollen die von dieser Seite ranfahren? Besser ist es, ne? Ja. Weil da drüben ist ja der Zaun. Also hier geht's gut, quer ranfahren. Also hier geht's gut, quer ranfahren. Also fahrt rüber und Leon auch und dann passt die Sache. Äh, wenn das sein muss. Guck mal mal im kurzen Gewicht, das liegt hier vorne, habe ich alles gesehen, das ist leicht mehr immer kurz. Weil dann tüß ich nochmal drüber. Haben wir noch so ein großes Gewicht wie du hast, oder noch nicht? Ja, hin zu dir auch irgendwo. Da steht doch eins. Hinter dir. Ach da, ja, siehst du. Die Frage ist, ob das... Timo, ich schick dir mal einen Link. Die Frage ist, ob das Gewicht jetzt nicht dann hängen bleibt. Ja, das bleibt immer wieder hinten am Boden hängen, man muss mit rechnen, ne? Was mache ich? Dann bleibe ich auch immer hängen im Ziel, weil... Dann heißt es volle Pulle geben, oder was? Full Pull! Boah! Soll ich drüber? Ey, wann kommt eigentlich Full Pull wieder auf Climax? Was macht ihr gerade? Ey, du hast gerade gesagt Full Pull. Wann kommt das eigentlich auf Climax? Keine Ahnung. Auf den Server? Ich will das unbedingt sehen, dann. Jason, will ich stehen bleiben? Dann will ich hier eine einhängen. Weil das Gewicht ist ja ein bisschen, ne? Das Gewicht ist ja nix hier. Das ist ja ein Spielzeug. Jason, Jason. Ja, warte mal kurz. Stehen bleiben. Jason! 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 Wo soll ich die Walze denn tun? Die Walze ja irgendwo in die Schuppen rein. Ich brauche, warum man sich denn noch brauchen? Bei mir kannst du noch mal live erleben, wie ich drüber düst. Jetzt geht der Trecker aber ab, da. Das sage ich euch. Jason! Äh... Silo hoch donnern, du da. Aber ich muss kurz Gänge umschalten. Moment. Moment. So. Okay. Ja? Vielleicht komplett Mais drauf oder die? Ja. Äh, Graf. Na, guck mal, jetzt drückt der da schon viel mehr runter. Ja, wir wollen jetzt nur mal dann mähnen und nochmal Gras drauf fahren. So, bis halt, ja. Scheiß, wir hätten doch die andere Seite jetzt mal sehen. Das ist das meiste, das meiste müssen wir jetzt von dieser Seite zur anderen Seite. Schreien nicht, fangen jetzt an, ne? Meist du oder wohl? Ne, ich glaube nicht. Wochendich und welchen immer mal. Die Tonnen haben die meisten Leute da. Okay, wir machen heute um 18 Uhr. Sie über eine halb. Ne, um 17 Uhr. 7,5 Tonnen. Ja. Jetzt mal 17 Uhr. Was? Stream. Buddy, join your channel. Ja? Komm, kurz drehen. Äh, warte kurz. Du. Ey, jetzt bis zum Beispiel mal auf den TS-Gesang. Ich bin mal los. Ach, warte mal. Wir brauchen nämlich Spaß. Hallo. Hallo, Lebe. Hallo. Wie soll ich da? Geh mal rauf. Warum? Geh mal einfach rauf. Tippe? Hm? Können wir euch Weizen haben? Weizen? Ja, holt halt ein bisschen was ab. Ich guck mal kurz. Was wollt ihr? Alter. Wie zieht ihr euch mal so bekannt vor? Jason? Ja? Hast du mal eine Sekunde kurz? Ich kann hoffen, dass der, dass der da nicht ist. Den ich jetzt da drüben. Dann warte da. Ja. User disconnected from your channel. Jetzt geh... Join schneller, bitte. Ich bin nur noch mit dem Kuh hoch. Alter, einmal bin ich jetzt noch drüben und dann... Geil. Buddy left your channel. Leon. Wo willst du... Wie er da hinten läuft? Ja, ich mach Moonwalk. Oh mein Gott, ey. Hast du eine neue Sportsarts erfunden, oder was? Ja. Das müssen wir jetzt auch so machen. Kannst du auf der Stelle ich drüben? User joined your channel. Das müssen wir mal ausprobieren. In echt. Leute, ich brech jetzt ab. Ich hab jetzt einen Auftrag beim Schweinekuhhof. Körnerdmeister. Bis morgen, tschüss. Ist das gerade dein Ernst? Dein Ernst? Hä? 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 Ist das ein bisschen dumm, oder so? Achso, sorry, Joino. User joined your channel. Zippe. Hm? User joined your channel. Können wir nicht, dass Silo heute noch voll machen? Nee. Können wir nicht. Welche Silo? Das, was wir jetzt gerade fahren. Wir sind jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig. Ich hab alles in meinem Feld fertig. Leo macht jetzt noch alles. Ich glaube, wir sind jetzt komplett fertig. Ja, dann könnt ihr grobern oder so erstmal oder sehen. Und dann wird, ähm, nächsten Freitag wird dann wieder drauf gefahren. Schweinehof. Körnerdmeister. Ich bin gleich wieder da. Ich bin fertig. Tschüss. User left your channel. So. Ich kann dir, ich kann dir ja machen. Mach, jetzt haben wir genug. So viel. So. Lass uns die anderen Auffieger mal machen. Sie machen jetzt nur was verkauft. Ja, machen wir das halt. Ich hab da Spaß. Also willst du das jetzt nach hinten schieben, oder? Oder? Mhm. Soll ich gleich mit dem Radlader nach... Falk? Das ist jetzt eine ganz leichte Aktion, ne? Ja, ganz runter, oder? Bei uns soll ich anfangen. Ganz nach unten drücken, bis nach hinten fahren. Soll ich gleich noch mit dem Radlader helfen? Nee, nee. Das ist so klein, dass Silo und dann willst du nur mit dem Radlader hier rauf fahren. Vollgas. Aber fall gleich mal kurz nur leeren auf deine Seite rauf, ne? Was? Ich muss den schleppen. Oder fall, mach du das schnell. Was denn? Den Jason runterziehen. Warum hängt der fest? Wollt nicht, der hat schleppen wie gesagt. So soll ich das schnell machen. Ja, mach du mal, bis ich das nur eingeklinkt habe, das Ding. Also, ich fall jetzt noch drüber. Ja. No, no. Ich muss halt noch kurz runterfallen. Wer muss runter? Du? Ich bin schon unten. So. Gib mal Gas. Was? Die Leute wollen Action sehen. Äh, Zeppe? Ja. Darf ich denn über die Woche machen, was ich möchte? Case Power, ne? Case, was haben wir hier? 200er CVT, oder was ist das? Oder wie ist das? Oder darf ich nur Fütter? Nee, CVX. Entschuldigung. Oder darf ich nur Fütter? CVX? Nee. Kann ich auch mal sagen, weil... Also das Gewicht, ne? Ich will ja nix sagen, aber die Reifen sind nachher runter. Was ist da? Welches soll ich exotieren? Ja. Was ist denn was hoops, na? Nee, gar kein CVX. Gib Gas. Ich verstehe kein Wort, ne? Wir können nochmals dröschen. Ich find's ja witz... Jetzt pass mal auf, ich find's ja witzig. Die haben ja nicht einmal gefragt, welche Eko sie nehmen. Oder nicht einmal gesagt. Nichts haben sie gesagt. Ja, lass ich's einmal nimm. Die haben erst mal gar keine. Die kriegen jetzt alles erst mal vom... Das Weizen vom Kuh, was wir gedrescht haben. Scheiße, es soll ganz runter. Ich kann die ja kriegen. Ist ja scheißegal. Ja, trotzdem ist die scheiße. Ja, das stimmt. Also Falk. Viel Spaß beim Hochschieben, ne? Das wird jetzt die Arbeit, du. Der Fan-V ist Puma, ne? Ja, ja. Jetzt wollen wir die Power raus. MF hat Power. Der B-Tracer auch. Den ich jetzt hier grad fahre, der hat Power. Der B-Tracer hat auch Power. Eigentlich nicht. Hier. Ja, weil Luis sich jetzt in Köpkel geholt hat und der jetzt Richtung uns fährt. Ich war als erstmal der Hebel gucken, was da abgeht. Fahne, ich gar nix. Die wollen jetzt... Kann mir nicht hexeln, bitte. Ich muss mal streichen. Also, äh, meistens, der kann's abfahren. Ja, Nies, lass doch jetzt die Ziele noch fertig voll machen. Ja, weil jetzt auch das ist auch voll machen. Wir, wenn jetzt schon zwei offensiv sind. Falk. Was? Komm ich zu weit zu mir. So, wir müssen echt mal links, rechts die Beine hochschieben und dann können wir in der Mitte wieder verteilen, weich? Versteh ich. Was? Was? Wollten wir mal gucken, was jetzt da abgeht. Was? Wollen wir mal gucken, was jetzt da abgeht. Was? Wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Was? Und das wäre? Komm ich nicht hoch. Ich muss ihn, äh, in der Fall, ich muss ihn, genau, weg hoch und runter gewählen, wie das die ganze Zeit unten lassen, wenn du das hier hoch fährst. Erst, äh, oben haben und dann, wenn dann in der Mitte ist, den runter machen. Aber wir müssen ja alles nach hinten schieben, also von dem Kanal unten lassen. Ja, ich meine, wenn er nicht hochkommt, muss er nicht mal rummachen. Was soll denn jetzt machen, Nils? Ich weiß was. Du musst dein Bass ausschalten, nja? Die wollen dreschen. Nils? User joined your channel. Nils, jetzt was? Du sagst Weißdreschen, ne? Was? Du sagst Weißdreschen. Du musst hochgehen in den Channel. Nino fährt ab und du kannst entweder noch mit dem zweiten Drescher los... oder du kannst einfach was machen. Was macht ihr jetzt hier, Nils? Ich glaub, ich krieg gleich ein Problem hier. Was machen wir hier? Wir machen eigentlich gar nichts. Ich mach... Ich mach jetzt gerade... Äh... Ausmisten. Also das Aus... Scheiß Zeug. Draufkippen. Und dann... Äh, irgendwann mal... Irgendwann dann mal... Dings fahren hier. Mist. Können wir jetzt nicht durchwechseln? Nein. So nicht. Streitet euch nicht hier, Mensch. Es sind zwei Leute auf dem Silo. Alle halten hier ihre Wagen und so weiter und so fort. So dann nicht. Ja, was machst du? Ja, das war ja. Ich will erst mal tanzen. Hier, jetzt kommen. Ja, jetzt kommen wir jetzt. Nee, komm jetzt. Buddy, you left your channel. Ähm, Nils, ich schnappe mir jetzt gleich den 310er, ne? Willst du irgendwas machen? Ich hab den, ich hab nur den 310er. Ich hab... Ich hab den nur genommen. Äh, ich... Ich... Ich nehm den mit, weil... Mit dem habe ich... Wenn sie zwei streiten, freut sich der dritte. Jaaaa. Alter, ich sehe jetzt noch mehr Mist drin. Äh, ich muss den 310er haben, ne? Ne, den brauch ich, ne? Den brauch ich. Nein, den nehm ich jetzt mit. Du, ich... Gitter Mist rein. Was? Gitter Mist rein. Äh, warte, muss ich kurz gucken. Bin ich jetzt hier alleine aufm Silo, oder was? Nein, ich komm ja wieder. Gitter ruhig. Alles rein. Guck. Komm, dann fahren nämlich die Kurschein, kann ich die aufladen. Dann kannst du Mist wegfahren, hast du auch was zu tun. Alter, seit wann haben wir so'n Trecker? Und den Futter... Und den Futterwagen... Po-Aufträger, ne? Geil, ne? Seit wann habt ihr den? Seit gestern, ne? Ja. Muss sowieso jetzt... Äh, das kann... Ja, meine Lieb-Freunde, wie ihr seht, wir wollen jetzt ein Teilsilo machen. Ja. Wie ein kleines Fett, ey. Haha. Ohne Gewicht. Voll geil. Ey, jetzt krieg ich's aber komischerweise hin mit dem Geschiebe, dass es gerade bleibt. Voll witzig, ne? Ja, das ist... Das ist das Problem, wenn... Ich häng. Komm schon. Ich muss noch richtig scheiden bei dir. Ich find' die voll cool. Ich hätt' so schlimm bleiben sollen. Ey, egal. Das dauert aber lange, bis sie das nach hinten geschoben haben, oder? Ja, es geht ne Weile, also... Ja. Ey, das kann man runterfahren. Ich hätt' so schlimm bleiben sollen. Ich kenne Ja. ?! Na, ja, 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 ja. dass man so rückwärts raufschieben muss, genau, dass man ein bisschen weiter rückwärts raufschieben muss und dann richtig geil. Nils, was ist? Man sieht, hier wird schon langsam gerade, also es fühlt sich langsam hinten an. Ich mach ein, ah ja, egal, ich sag da jetzt nicht so. Nils? Jo? Ja, was ist? Das? Hast du das? Warte mal, Seppe. Äh, Nils, Nils, Nils. Ja, du kannst dir noch einen Dreck aussuchen, ne? Ich hab noch keinen. Ich hab noch keinen. So hast du halt, wie gesagt, ne? Servus. Äh, ich weiß nur, gucken. Ich kann es nicht sagen, das ist versprochen. Ich hab noch nichts. Wenn nicht, dann nimm ich den MF halt, ne? Und genau, Leon kann sich auch noch suchen. Weil ich weiß es nicht. Wie ein Drektor. Ein Drecker. 130, 150 PS, irgendwie sowas. Kann ich hoch, Falk? Du hattest aber ja mal 200. Ja, also ich hab hier runtergegangen. Falk, kann ich hoch? Was hast du da drinnen? Krass. Ja, gut. Ja, aber die von dieser Seite muss von der anderen Seite ranfahren. Von hier kommst du nicht mehr hoch jetzt. Wir machen daraus die Felsilo. Doch? Da kann ich so hoch. Ähm. Nein, da fährst du aber nicht hoch. Fährst du anderen Seite bitte. Warum wird denn das so schnell dunkel hier? Was ist denn das? Hm? Seppe, ich wähl mir keinen aus, weil ich nimm einfach den Puma immer vom L.U. Nein, nee, 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 nee. Ha? Ja, genau, das meine ich ja zu Seppe auch. Ich will größere haben. Oh, Seppe, hhhh. Nein, ich halte das immer nur so. Ja, ist ja gut. Hab ja keiner was hierhin gesagt. Das war ja immer so und das bleibt auch immer so. Solange ich da hier mal in der Leitung noch bin. Na, nee, hast du noch Gras und wie? Ja. Hä, wo dann? Hä? Woher? Ja, Nachtsarbeit nicht aber auch cool, ne? Ja, hab ich nur durchlaufen lassen bisschen. Lass man auch ein bisschen Silagen verlieren. Kann ich gleich rauf? Oder nicht? Oh Gott, oh Gott, Falk, ich schaue. Entschuldigung. 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 Scheisse. Ja, ich habe kein Wäufel, oder? Ja, nee. Ja. So. Buddy, join your channel. Oh, kein Silo. Musst du da rauf jetzt? Dann fahr rauf. Oder ran. Ja, ich muss erstmal rückwärts. Ich muss umdrehen erstmal. So. Ich würd sagen, ich würd sagen, ähm, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuschauen und hoffen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.